Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Große Freie TV. Wir sind hier gerade im Grönnitz an der Ostsee und neben mir steht Marvin, den kennt ihr bestimmt, von Next Level. Das ist der Pressesprecher bei Next Level. Wir haben auch ein paar Videos schon zusammen gemacht. Und dadurch, dass Marvin, er hat Physik studiert und Ingenieurswissenschaften, insofern er ist der Experte, was Experimente angeht. Und hier an der Ostsee wollen wir ein kleines Experiment bezüglich der flachen Erde machen. Wenn ihr mir bei Telegram folgt, dann wisst ihr, dass ich ja so seit August, Juli, August letzten Jahres mich mit dem Thema beschäftige. Und da, was ist das Wichtige? Man kann natürlich in den Weltraum fliegen und überprüfen, ob die Erde tatsächlich rund ist. Das ist natürlich schwierig, aber man kann ans Meer gehen und schauen, wie weit man sehen kann, ob man Sachen sehen kann, die eigentlich hinter der Krümmung verschwinden müssten. So, das habe ich einmal in Armenien gemacht, in der Türkei, in Antalya gemacht und in Zürich, am Zürichsee. Und ich habe jedes Mal mehr gesehen, als ich hätte sehen dürfen. So, aber da haben natürlich viele gesagt, ja, du hast das irgendwie nicht vernünftig festgehalten, per Kamera. Wie sollen wir das dann nachvollziehen? Deswegen, jetzt habe ich mir hochwertige Kameras gekauft und da wollen wir hier einfach mal das Experiment mit Kameras ausführen. Marvin, ist das, oder was sagst du, als Physikstudent kann man das so machen oder wie macht man da ein sauberes Experiment? Ja, optische Experimente sind die besten Experimente, die wir haben. Und insofern bin ich gespannt, was wir jetzt herausfinden werden. So, ich schwenke nochmal hier rüber. Ihr seht, das hier ist Grömnitz, der Yachthafen. Wir stehen hier, hier hinten sind die Dünen und wir haben die Kamera direkt unten am Meer aufgebaut. Marvin, willst du mal kurz messen, wie hoch wir über dem Meer sind? Willst du mal vielleicht weiter ins Meer reingehen auch? Wir sind genau bei 90 Zentimeter Kamerahöhe. Bei 90 Zentimeter. Alles klar. Und jetzt wollen wir einfach mal... Achso, genau. Also wir sind jetzt hier am Yachthafen in Grömnitz, wie Jens schon gesagt hat. Und die Entfernung zu dem Leuchtturm in Travemünde, der neben dem Maritimhotel in Travemünde steht, der diese Entfernung ist genau 19 Kilometer, wie man hier sehen kann. Und dementsprechend müssten wir einen Horizont, der hinter der Krümmung verschwindet, von 19 Metern haben. Das heißt, wir dürften Gebäude oder Objekte, die 19 Meter oder kleiner sind, dürften wir aufgrund der Erdkrümmung hinter dem Horizont nicht mehr sehen. Bei 0,9 Meter Höhe der Kamera und 19 Kilometern Entfernung. Alles klar, dann wollen wir mal schauen. Wir sehen hier die Klippe in Grömnitz. Und jetzt schwenken wir mal rüber. Schauen wir mal, dass wir das große Hotel in Travemünde sehen. Das ist ein schöner Orientierungspunkt. Das Maritimhotel in Travemünde. Das sehen wir... Wo haben wir es? Das... Da haben wir es. Und wir sehen, daneben ist ein kleineres Hotel. Und das können wir auch ziemlich gut sehen. So. Wie viele Fenster sehen wir da? So. Eins, zwei, drei, vier. Daneben sind noch kleinere Gebäude. Und jetzt schauen wir, ob wir den Leuchtturm immer sehen. Ich stecke ihn rüber. So. Der Leuchtturm. Wir können hier sehen, der Leuchtturm. Der hat eine Feuerhöhe von 12,3 Meter. Was haben wir gesagt? Was dürfen wir nicht sehen? Unter... 19 Meter. Unter 19 Meter. Das heißt, wir sehen hier das Weiße. Der Socke. Der Sockel. Der ist sogar noch unter dem grünen... Unter der grünen Spitze. Der müsste dann eben so auf 8 Meter oder so sein. Das heißt, wir sehen locker 10 Meter mehr, als wir eigentlich sehen dürften. So, jetzt sind wir hier nochmal nach Travemünde rübergefahren und haben uns den Leuchtturm, das Molefeuer, nochmal genauer angeschaut. Und die beiden Hotels. Einmal das große, das ist das Maritimhotel. Und daneben ist das Aya Hotel. Und Marvin, was haben wir dabei gesehen? Ja, wir sehen, dass beim Aya Hotel sehen wir im Prinzip die drei Fensterfronten, die drei Stockwerke, die wir hier auch ganz klar aus der Nähe betrachtet gesehen haben. Wir sehen, dass dieses Hotel ungefähr den unteren Lounge-Bereich, also unter diesen drei Fensterfronten, auf einer Meereshöhe von ungefähr 6 Metern, also über Meereshöhe sind. Dann beginnen diese drei Fensterfronten und der Leuchtturm ist ja offiziell, ich glaube, 12 Meter irgendwas Feuerhöhe. 12,30 Meter, 12,50 Meter Feuerhöhe. Das bedeutet, wir sehen im Prinzip, ja, circa 6 Meter, 5 bis 6 Meter, die können wir nicht sehen. Alles darüber sehen wir und wir sollten aber laut offizieller Erdkrümmungsberechnung eigentlich 19 Meter nicht sehen können. Das heißt, 13 Meter, die wir nicht sehen. Das heißt, irgendwas stimmt da nicht. Nochmal, und ich meine, das ist ja, man stellt Theorien auf und man überprüft die Theorien. Und wenn das heißt, es gibt eine Erdkrümmung, die Erdkrümmung kann man dann immer ganz genau berechnen, dann, und wenn man das überprüft und sieht, man kann Sachen sehen, die man eigentlich nicht sehen dürfte, dann ist diese Theorie falsifiziert. Und jetzt kommen natürlich immer Leute, die sagen, ja, das hat irgendwie mit der Refraktion oder irgendwas zu tun. Oder, ja, ich meine, Refraktion, ich werde da nochmal ein extra Video zu machen, das ist ein Thema, wo man gesondert drauf eingehen kann. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ja, die Erde ist vielleicht nicht an allen Stellen gleich rund, vielleicht wart ihr an einer Stelle, die ein bisschen flacher war. Aber ich meine, wie gesagt, ich habe, das ist mittlerweile der vierte Ort auf der Welt. Ich habe in der Türkei, in Armenien, in der Schweiz und jetzt hier an der Ostsee, habe ich immer Sachen gesehen, die ich nicht hätte sehen dürfen. So, insofern, hast du noch was zu sagen? Genau, ich würde dazu sagen, die Kamera, das habt ihr ja auch gerade im Video schon gesehen, wie wir sie aufgestellt hatten, da am Yachthafen. Die Kamera war 90 Zentimeter ungefähr über dem Meer. Und wir wissen ja, aufgrund des Wellengangs und Wind und so weiter, die Wellen, die wir im Ganzen, auf der ganzen Entfernung bis zu diesem Hotel, bis zum Leuchtturm haben, die können durchaus mal 60 Zentimeter hoch sein oder an sich schon eine Sichtverdeckung. Und wenn die Kamera auf 90 Zentimeter ist und es gibt dann Wellen, die mal irgendwie größer als 90 Zentimeter sind, dann gibt es quasi, ja, weiß ja jeder, wenn wir hier bei 90 Zentimeter sind und dann ist mal eine Welle irgendwie leicht höher, dann sieht man gleich einen viel größeren Bereich dahinter nicht, ja, aufgrund der Projektion. Und das ist auch eine der Erklärungen, warum man einfach nicht auf Meeresniveau schauen kann, sondern eine gewisse Höhe, wie zum Beispiel 2, 3, 4, 5 Meter nicht zu sehen sind. Das hat nichts mit Erdkrümmung zu tun, das kann auch ganz andere Gründe haben. Auch einfach der optische Effekt, dass in dem Horizont, in der Entfernung alles in einen Punkt divergiert, das ist auch ein Punkt, den man auf jeden Fall zurücksichtigen muss. Und dann hat man Luftfeuchtigkeit, man hat Wind, wir konnten auch, dadurch, dass es ziemlich windig war, deswegen sind wir jetzt ja auch ins Auto reingegangen, dann hält die Kamera nicht gerade, man hat dann atmosphärisches, ja, man hat halt einfach Nebel sozusagen in der Ferne so ein bisschen, auf jeden Fall. Sand, alles im Wind, alle Dreck, ja. Das hat halt einfach viel mit den Bedingungen zu tun, also eigentlich hatten wir auch, wir waren zuerst in Kellenhusen, das ist so, was waren das, ich blende das hier nochmal ein, ich glaube so 27, 28 Meter, eigentlich hatten wir erhofft, dass wir von da den Leuchtturm, das Molefeuer in Travemünde sehen können, aber da waren die Bedingungen heute nicht gut genug. Insofern, auf jeden Fall haben wir ganz klar gesehen, schon aus Krümnitz, dass das mit der Erdkrümmung nicht stimmen kann und ja, ich kann nur sagen, glaubt uns nichts, überprüft es einfach selbst und das ist ja auch das Schöne, jeder kann mit einfachen, mit einem einfachen Fernglas, wenn er irgendwie im Urlaub ist, zum Beispiel an der Ostsee oder am Zürichsee oder irgendwo oder auch Türkei, wie gesagt, Khmer ist sehr schön, das perfekte Antalya, da kann man auch günstig Urlaub machen. Da kann jeder mit einfachsten Mitteln selbst überprüfen, dass diese Theorie mit der Erdkrümmung nicht stimmt. So, auf jeden Fall, das war es hier von uns, von der Ostsee und ich denke mal, hier auf meinem Kanal werden in Zukunft noch mehr Videos zum Thema flache Erde kommen. Das war sozusagen hier die Einladung dazu, wo ich schon die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass ich was Vorzeigbares habe und seid gespannt. Also, bis dann, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020